Die Frage, ob es Impulsströme gibt, ist rhetorisch gemeint. Darum kann es gar nicht gehen in einer Naturwissenschaft und schon gar nicht in der Physik. Hier ein Ausschnitt aus Wikipedia. Da steht, dass man im Allgemeinen eben Theorien macht und damit die Realität abbildet. Diese Theorien sind umso besser, je besser die Vorhersagen. Die sind, die man damit machen kann. Also je besser diese Vorhersagen natürlich eintreffen. Und da ist die Mechanik sehr weit entwickelt. Man kann relativ präzise Vorhersagen machen bezüglich Bewegung und Kräfte. Sonst hätte man nie einen Mondflug wagen können. Aktueller Anlass für dieses Video ist wieder mal das Gutachten der DPG zum Karlsruher Physikkurs. Da steht im ersten Teil als Fazit, dass man die Richtung des Impulsstromes experimentell nicht überprüfen könne. Darauf komme ich zurück. Und deshalb habe die Richtung des Impulsstromes keine objektive Realität. Nun wie gesagt, es geht ja nicht um objektive Realität. Es geht um Theorien, Modelle und Vorhersagen. Dieser Impulsstrom habe deshalb keinen Platz im Gebäude der Physik. Nun, ich habe noch nie ein Gebäude der Physik gesehen. Die Physik ist eine Wissenschaft, die sich entwickelt und immer neue Modelle und Theorien generiert. Hat dann die Stringtheorie oder die Schleifengravitation Platz im Gebäude der Physik. Für Modelle gilt, dass sie eine gewisse Güte haben sollen. Sie sollen konsistent sein, also keine Widersprüche enthalten. Sie sollen kohärent sein, das heisst möglichst grosse Gebiete abdecken. Und sie sollen relevant sein, also relevant natürlich für die, die sie anwenden. In meinem Fall sind das Ingenieure, die ich ausbilde. Dann sollten aber Modelle auch plausibel sein und brauchbar. Also man sollte sie schnell adaptieren können und dann auch einsetzen. Und ich denke, das, was wir in der Systemphysik machen, das erfüllt diese Bedingungen. Gehen wir zurück zum Experiment, das ich eingangs gezeigt habe. Also hier laufen die Gleiter auseinander. Der Gummifaden ist gespannt. Klassischerweise sagt man, der Impuls dieses Gleiters plus dieser Impuls zusammen ist konstant. In diesem Fall ist der Impuls sogar genau null, weil die Gleiter ja gesamthaft stillstehen. Oder der Schwerpunkt des Gesamtsystems steht still. Wenn man diese Formel differenziert, dann kann man sagen, die Änderungsraten zusammengezählt gibt null. Das gilt natürlich dann auch, wenn der Gesamtimpuls konstant, aber nicht null ist. Und dann kommt das zweite Newton'sche Aktion, dass man sagt, die Kraft gibt dann eben die Änderungsrate des Impulses. Und das ist Masse mal Änderungsrate der Geschwindigkeit. Das nennt man dann Beschleunigung. Das gilt für beide Körper. Und dann kommt das dritte Newton'sche Aktion, das sagt Aktion der Reaktion. Das heisst, die beiden Kräfte sind entgegengesetzt, gerichtet und betragsmässig gleich gross. Nun, diese Struktur, die hat bestimmte Vorteile. Sie ist koordinatenfrei, abro-objektbezogen, hat eine lange Tradition seit Newton. Und diese Theorie wird weltweit angewendet. Aber diese Theorie hat grosse Nachteile. Die Rolle von Impuls und Energie sind unklar. Da könnte ich ein Lied davon singen, nach 30 Jahren Erfahrung. Und diese Theorie liefert keine saubere Kraftdefinition. Man muss nur mal die Schulbücher anschauen im deutschen Sprachraum. Das ist ja fürchterlich, was da an Kräften eingezeichnet wird. Und deshalb die andere Darstellung. Wir gehen wieder von dieser Situation aus. Der eine Gleiter bewegt sich nach links, der andere nach rechts. Und jetzt können wir eine Regel aufstellen. Wenn ein Körper unter Zug steht, wie hier das Gummiseil, dann fließt der Impuls rückwärts. Wenn die Körper unter Druck sind, wie diese Federn da, die man nicht so gut sieht, also diese Blattfedern, wenn die aufeinander knallen, dann gibt es Druckbelastung, dann fließt der Impuls vorwärts. Die Aussage, Impuls fließt rückwärts bei Zug, vorwärts bei Druck, die ist unabhängig von der Richtung des Bezugssystems. Aber um konkret zu werden, muss man natürlich eine positive Richtung einführen. Also im Allgemeinen ein Koordinatensystem für eine Komponente natürlich nur eine einzige Koordinatenachse. Und jetzt können wir sagen, hier fließt der Impuls rückwärts. Und dann, wenn die beiden Federn da aufeinander prallen, dann fließt der Impuls vorwärts. Wenn wir das Koordinatensystem nach links orientieren, dann ist die Aussage genauso gültig wie vorher. Und als Hilfsmittel habe ich das Flüssigkeitsbild entwickelt. Im Flüssigkeitsbild werden die beiden Körper zu Töpfen, mit den Massen als Querschnitt, der Geschwindigkeit als Füllhöhe. Die Töpfe stehen in einem riesigen See und das ist die Erde. Mit der Erde kann jeder Körper beliebig viel Impuls austauschen. Und das ist eigentlich das Problem, das wir haben mit dem Impuls. Den Impuls können wir gratis der Erde entnehmen, wieder an die Erde abgeben. Und was gratis ist, das ist nichts wert. Im Moment bewegen sich also die Körper auseinander und jetzt fließt der Impuls da von rechts nach links. Also zeichnen wir ihn ein. So wie ein Wasserfall fällt hier der Impuls von da nach da. Und jetzt können wir sagen, der Impulszufluss, der gibt hier eine positive Beschleunigung und hier eine negative Beschleunigung. All das, also Geschwindigkeit negativ, Beschleunigung positiv, Geschwindigkeit 2 positiv, aber Beschleunigung 2 negativ. All diese Aussagen beziehen sich auf diese Koordinatenachse. Das heisst, nicht nur der Impulsstrom hängt von der Wahl der Koordinatenrichtung ab. Alle Grössen, die wir einführen, sobald wir quantitativ rechnen. Wenn man jetzt das Koordinatensystem umdreht, dann muss man das Flüssigkeitsbild an der horizontalen Spiegel und dann fließt der Impuls dann eben da runter, also auf die andere Seite. Aber rückwärts ist er dann auch auf die andere Seite. Das heisst, der Impulsstrom fließt dann so, was dann bezüglich der neuen Koordinatenrichtung rückwärts ist. Und beim Aufprall fließt der Impuls dann vorwärts oder eben auf diese Seite, was dann bezüglich der neuen Wahl der Koordinatenachse wieder vorwärts ist. Das heisst, rückwärts, vorwärts, das sind allgemeine, man kann sagen, kovariante Aussagen. Die gelten sogar dreidimensional. Man muss dann aber ein bisschen differenzierter argumentieren. Das habe ich alles schon mehrmals dargelegt. Nun, das Flüssigkeitsbild enthält jetzt noch die Energieebene. Wir können sagen, wenn der Impuls geschwindigkeitsmässig runterfällt, dann gibt der Impulsstrom Energie frei. Das heisst, das Gummiseil nimmt Energie auf und effektiv, es wird ja gespannt. Man kann sich jetzt alle vier Phasen überlegen, das habe ich in meinem letzten Video gemacht. Und man sieht, das Ganze ist absolut konsistent. Es gibt in der Systemphysik und im Chaosphysikkurs noch einen anderen Begriff, nämlich der zugeordnete Energiestrom. Nämlich Geschwindigkeit als Energiebeladungsmass mal Impulsstrom stärker gibt den zugeordneten Energiestrom. Weil hier die Geschwindigkeit negativ ist, fließt hier die Energie gegen den Impulsstrom. Und da, wo die Geschwindigkeit positiv ist, fließt die Energie mit dem Impulsstrom. Man kann auch noch die kinetische Energie sehen. Die kinetische Energie ist nämlich die Energie, die man aufwenden muss, um den Impuls aus dem Körper herauszupumpen. Nämlich Menge, also Masse mal Geschwindigkeit mal mittlere Pumphöhe. Oder hier muss man hinaufpumpen, also Menge, Masse mal Geschwindigkeit 2 mal mittlere Pumphöhe. Das heisst, in dieser Struktur ist viel, viel mehr Information enthalten als in diesen Newton-Axiomen. Aber die Newton-Axiome sind koordinatenfrei. Das heisst, man kann es vektoriell formulieren. Aber das ist ein kleiner Gewinn. Wenn man komplexe Prozesse hat, wie Autounfall oder Aufbauversuche bei Eisenbahnen, damit beschäftige ich mich schon seit 15 Jahren, dann ist diese Darstellung viel, viel geeigneter. Der Kraftbegriff, den kann man jetzt auch sauber formulieren. Also noch einmal die gleiche Situation. Und jetzt schneiden wir die drei Körper frei. Ich rede jetzt nur von den horizontalen Kräften, weil ich ja hier nur den Horizontalimpuls anschaue, also der Impuls, der zu dieser Achse gehört. Und dann gilt die Regel, wenn der Impuls zufließt, also wir wissen ja, hier fließt der Moment zu, dann gibt es eine positive Kraft. Wenn der Impuls abfließt, dann gibt es eine negative. Wenn der Impuls wie hier zufließt, positiv. Und hier, wenn der Impuls dann eben hier abfließt, gibt es eine negative Kraft. Diese beiden Kraftpfeile, das ist Aktion der Reaktion. Und die beiden Kraftpfeile, das ist auch Aktion der Reaktion. Ja, ich habe gesehen, dass Sie hier noch eine falsche Farbe verwendet haben. Man muss die Schnittfarbe und die Kraftfarbe gleich verwenden. Dann sieht das auch wirklich sehr strukturiert aus. Also zwei verschiedene farbige Pfeile ist Aktion der Reaktion. Zwei gleichfarbige Pfeile, die beschreiben hier das Gleichgewicht. Es ist ja traurig, dass es Physikbücher gibt im deutschen Sprachraum, die nicht mal unterscheiden können zwischen Gleichgewicht und Aktion der Reaktion. Und die Expertengruppe der DPG ist auch nicht in der Lage, das zu unterscheiden. Wenn sich die Leute das mit dem Impulsstrom überlegt hätten, dann hätten sie solche gravierende Fehler gar nicht gemacht. Jeder, der Mitglied ist der DPG, sollte sich meine Videos anschauen. Vor allem sollte sich jedes Mitglied der DPG meine Analyse anschauen, die ich auf akademia.edu hochgeladen habe unter dem Titel »Das Gutachten der DPG über den Casio Physikos – ein Lehrstück in Sachen Expertenwissen«. Da habe ich mal dargelegt, wie viele Fehler, wie unglaublich hirnrissige Fehler diese Experten gemacht haben. Ich finde es ein Skandal, aber ich bin ja nicht Mitglied dieses Vereins. Aber ich bin ja nicht, weil ich glaube, wie viele Leute mehr die revisenden Aktion – ist lasst die Begründung der AfD.